Es tut mir leid, dass ich überhaupt in die Sache mit reingezogen habe. Ja, was sind Freunde denn da? Und wegen deiner Frage? Viele Geburten passieren. Gerade im frühen Stadion meiner Schwangerschaft. Okay, verstehe ich das richtig. Ich gebe ihr also die erste Pille und warte bis die Blutung an. Innerhalb von 48 Stunden, genau. Und dann gebe ich ihr die zweite und die stoppt die Blutung wieder. Genau. Wie soll ich ihr denn zwei Pillen unterjubeln, ohne dass ihr was merkt? Dann lass dir was einfallen. Ich verpasse heute Abend die erste und dann werden irgendwann am Freitag die ersten Blutungen einsetzen. Am Freitag machen wir doch unsere Party. Ist doch perfekt mit so vielen Leuten. Darüber lass die zweite Pille einfach mir. Jetzt schau mich nicht so an. Ich versuche dir nur zu helfen. Wenn ich an den Rabbi noch esse slide stumble, dann kannst du dich nicht so es sch الله hier. Teil ambulans. Ich bin die zweite Pille einfach informiert. Dortbreiten. Warum geht's? Ich... Ich bin seine Schwägerin. Ich bin seine Schwägerin.